Weiß jemand, ob sich Astro nie erlunt? Keine Ahnung, aber es gibt's ja seit jetzt, äh, seit gestern oder so für die Zwischen, ne? Hey guys, we don't have to do this, we come in peace! Hey, I don't like their cannons! Neither do I! Oh, 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 oh! Achtung, links, 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 links! Ah, uh! Rechts, 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 rechts! Nein, shit! Du musst dich bewegen! Rückenwärts, rückwärts! Mach ich doch! In die andere Richtung! Rechts, rechts, rechts! Hä, man kann ja aber rückwärts, hä? Man kann rückwärts? Das hast du doch grad eben noch gesagt! Ja, aber es geht ja wirklich! Hast du mich angelogen? Nein! Okay, 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 rechts, rechts, rechts! Ja, ja, klar, klar, alles gut! Links, links, links! Ja, 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 links, 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 links! Gerade, 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 gerade! Okay, okay, okay! Jetzt, jetzt, schießen, 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 schießen! Ja! Sehr gut! Ja, das war ja einfach! Hä, wir haben ein Drittel Schaden gezählt! Kollaboration! Kollaboration! Ich will das kaputt machen! Wollen wir das andere auch noch kaputt machen? Ach, weil's ne Trophäe gibt, ne? Hehe, richtig! Trophäe, immer noch die Scheidung! Ja, natürlich! Warum sollte ich mich auch nicht scheiden lassen? Ich mein, mein Ehemann kotzt hier einfach irgendwie groß rum, wischt's noch nicht mal auf! Und dann darf ich mir auch noch mal solche Sachen von ihm anhören, weißt du? Ohne mich hättest du unsere schöne Tochter nicht! Ah, das stimmt! Ah, das stimmt! Ah, ein besseres Argument hast du ehrlich gesagt noch nie gebracht! Ja! Ist halt auch das einzige Argument, ne? Ja! So! Kabumm! Hab ich mir tatsächlich nicht angeschaut! Warte mal, können wir gerne noch mal ganz kurz... Oh, Pinguine! Pinguine! Ich will noch mal kurz gucken, ob wir hinten was haben! Müsst du die Palmen abschießen? Ich wollte nur kurz gucken, ob beim Tor was ist, weißt du? Ne, okay! Weißt du, du willst doch immer alles überprüfen! Jetzt müssen wir die Pinguine umbringen, okay? Willst du echt die Pinguine umbringen? Sollen wir versuchen? Also, wenn... Auf deine Verantwortung! Du willst die töten! Oh Gott! Oh mein Gott! Was hast du... Ja, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir eine Nägel mit Köpfe machen! Jetzt müssen wir sie alle umbringen! Jetzt müssen wir sie alle umbringen! Okay! Äh... Da musst du dich aber drehen, ne? Du wollte eigentlich... Dreh dich! Die Strömung! Ja, soll man wirklich? Ja, dreh dich, dreh dich, dreh dich! In welche Richtung denn? Ja, zurück! Zurück! Ja, wohnt denn in welche? Rechts oder links? Lauf geradeaus! Ach, du bist doch... Geradeaus! Ja, wir gehen jetzt geradeaus! Geradeaus! Nicht rückwärts! Geradeaus! Hä? Ja, mach ich so! Nein, nicht rückwärts! Was ist das? Ja, so! Ja! Nach rechts! Ah, Hilfe! Ih! 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 Wir haben einfach verloren! Hä? Wolltest du jetzt ernsthaft wieder zurück zu den Pinguinen? Ja, natürlich! Nein, lass doch! Alter, wir kriegen gleich einen Schaden! Oha! Das war ein Versehen! Denkst du dich für Pinguine umbringen? Äh... Guck mal, jetzt versagen wir aber auf größter Spur hier! Hä? Toffi ist gerade das pure Böse! Das ist halt... Was? Bitte! Er übertreibt mal nicht, Leute! Siehste? Ja, den Oktopus zu beleidigen wäre vielleicht auch keine so gute Idee, wa? Siehste, ich versuche mich wieder zu versöhnen! Ich geb wieder Komplimente! Der hat voll den Out-of-Bad-Look, der Oktopus! Siehste, dank mir lässt er uns gehen! Ich hab irgendwie das Gefühl, er ist aggro! Weil du den Pinguin getötet hast! Oh, oh! Ähm, äh... Nach rechts, 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 rechts! Okay! Ja, ja, ich schieß, ich schieß, ich schieß! Ich schieß, aber erst auf den Tentakel! Auf seinen Schwanz! Auf seinen Arm! Auf seinen Arm! Oder Tentakel! Ja, aber wieso... Du bist nicht nach rechts gegangen! Du bist nicht nach rechts gegangen! Links, 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 links! Auf rückwärts! Jetzt, 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 jetzt! Stopp, stopp, stopp! Schieß, 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 schieß! Rechts, links, links! Links, 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 links! Ja, komm, komm, komm! Ja, genau, und jetzt rechts, 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 rechts! Ach, rechts, rechts, rechts! Ja, komm, zack, zack, zack! Wir schaffen das, Braulich! Rechts, rechts, rechts! Nein, noch nicht! Er hat angetäuscht! Was für'n Arsch! Nein, die haben ihn getötet! Okay, ähm... Ah, Hilfe! Eine Ente! Eine Dynamitente! Alter, wie cool! Oh, 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 oh! Wir müssen hier erschießen! Rechts, 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 rechts! Rechts, 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 rechts! Noch rechts, rechts! Geh rechts! Ja, 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 komm, komm, komm! Ja, rechts, 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 rechts! Rechts! Kollaboration! Ich denke immer, da ist ne Katzi. Links, 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 links! Was?! Ja, hab ich mir angeschaut. Christian, hab ich mir angeschaut. Ist ja gar nicht das arg, was ich dachte. So, rechts, rechts, rechts! Schuss, schuss, schuss! Warte, rechts, 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 rechts! Rechts, rechts, links, links! Nein, links, rechts! Da ist noch ein Viech! Ja, aber die Tentakel sind viel schlimmer! Sind sie? Ja! Guck, die andere macht ja gar nichts. Oh Gott, die... Guck! Rechts, 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 rechts! Das Viech töten! Töten, 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 töten! Ach man, dieses Kack! Dieser Kack-Tentakel-Fuzzi! Den kann man nicht... Doch, jetzt, siehste! Geht doch! Ich hab's echt geschafft, Brony! Fast geschafft! Ah! Rechts, 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 rechts! Ja! Okay, links, 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 links! Ja, ja, komm, 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 komm! Ja, sehr gut! Und jetzt drauf auf ihn! Geht nicht! Geht noch nicht! Wir müssen links! Oh! Nee! Wir müssen seinen Schwanz... Jetzt! Ja, wir haben ihn! Also, wie viele Bossgegner es hier gibt! Kann mir mal bitte jemand verraten, wie hier eigentlich ein Oktopus in die Badewanne kommt? Okay! Okay, jetzt geht das wieder los. Äh, was müssen wir tun? Ich bin das Böse in Person. Ich habe aus Versehen den Pinguine umgebracht, Leute. Das war nicht mit Absicht. Du bist komplett das Böse. Ich habe gedacht, das geht nicht. Nee, Ryan, ich stimme dir da komplett zu. Ich sag doch echt. Du hast gesagt, lass uns die Pinguine alle umgehen. Das war ein Scherz. Und dann habe ich aus Versehen auf die Bombe gedrückt. Und dann ist das passiert. Aus Versehen. Gezielt, abgedrückt. Und dann auch noch sich gebrochen. Alter, du guckst, du, und du, Monster, du bringst hier Quietsche-Hend hier um. Tammy, hallo. Du bist so ein bisschen aus wie Fünf-Jakaribe jetzt, ne? Was, Unravel 2? Ja, das können wir uns auch mal angucken. Okay. So, und jetzt ist es so ein bisschen wie, äh, Zirkus. Das ist ein Zirkus, oder? Oh Gott, ich warte nur auf den Horror-Clown. Hey, das ist Rose's Balloon. Oh, ja. Da ist doch der Horror-Clown. Ja, siehst du? Oh Gott. Halt doch, Bütter. Oh. Ich hasse Clowns. Cutie off his shoes. Oh Gott, das ist richtig. Rose, äh, gave the Elephant a crown. You know, a Queen's crown. So Rose made the Elephant into a Queen? Yeah, I guess so. It's her favorite toy. Oh, perfect. And now we're killing a Queen. Oh, pardon me. Killing who? No, 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 no. She said chilling. Yeah. Chilling with the Queen. Boah, hast du ja aber gut gerettet, Brownie, ja? Hm, ausblenden. Danke dir. Hast du schon wieder die Facecam eingelassen? Mhm. Und dabei gegessen. Oh, Alter. Während die über das Morden einer Königin reden. Boah, ich find, ehrlich gesagt, aber den anderen, die, die, die andere Clownfigur auch nicht viel besser. Die war auch gruselig. Meinst du mich? Dein Ehemann? Nein, die uns gerade die Instruktion gegeben hat. Ja. Was passiert hier? Ich spring jetzt hier mal auf diesen Knopf, ja? Oh, da kommt eine Kugel raus. Äh, ups. Ah, ja. Gut, dass du es kaputt gemacht hast. Ach so, ja, ich wusste nicht, dass ich das... Mach du mal jetzt genauso, warte. Jetzt kommt die Kugel. Jetzt, jetzt, jetzt schieben. Jetzt, jetzt, nein. Ich wollte rechts... Ja. Entschuldigung. Ah, okay, ich muss mitmachen. Ich muss mitmachen. Mach mal richtig mit. Ah, es geht dann schneller. Mach mal vernünftig, bitte. Jetzt ist Spaß beiseite, okay? Schnell und... Wee! Wir brauchen uns gar nicht so viel Mühe geben. Äh, okay, warte. Jetzt gibt es hier nochmal eine Stelle. Nee, du hast... Du warst so langsam. Hier, schnell! Schnell, schnell, schnell! Oh nein, was? Was passiert hier? Was müssen wir hier machen? Ich weiß es nicht. Was passiert hier? Lass mal den Knopf drücken und dann gucken, ne? Ich hole erstmal die ganzen Secrets, okay? Gibt's hier noch welche? Glaubst du? Wollen wir nochmal gucken? Ja. Vielleicht gibt's hier noch einen Horrorclown, den wir... Den wir noch irgendwie rausholen können oder so. Ich hab ein bisschen Angst, hier nochmal an der Kugel zu drehen. Nee, hier ist nix. Wir können weiter. Immer schön umgucken, sagt Ryan. Siehst du? Wir haben aber gerade gemacht. Bis jetzt hab ich nichts gesehen. Ja, er sagt dann wieder was oder wie, wenn wir vorbei sind, ne? Oh, guck mal, wie süß! Wenn sie zu spät ist. Oh, guck mal, eine Robbe. Kannst du auf ihn rausbringen? Ja. Guck mal, ich reiße die Robbe. Hey, sag mal! Weiß ich, will Pinguine hier töten anscheinend und so, ne? Aber Brauni jetzt hab's... Oh, hier gibt's ein Rad. ...plättet. Ich geh mal kurz ins Rad rein. Was passiert hier? Ah, die musst du auf die richtige Position bringen. Ah, dann bring ich sie schon mal auf die richtige Position. Ja, aber du musst erst die hier. Erst das hier. Ich muss auf den Knopf drücken und dann musst du die Kugel auffangen. Nee, 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 nee. Warte, nein. Du drückst auf den Knopf und dann rennst du da hin und drehst es auf die richtige Position. Nein, du musst da hin. Nein, nein, ich muss auf das anrufen. Nein, guck mal, nein! So, jetzt mach schnell, 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 renn, 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 renn. Guck mal, du hättest doch einfach nur die... Hä? Die Kugel ist gar nicht reingegangen. Habt ihr das gesehen? Nee. Ja, weil du es nicht reingemacht hast. Brownie, eigentlich ist es ganz anders gemeint hier. So, jetzt. Was ist das? Guck mal, du hättest jetzt hier reingehen können und wir hätten hier die ganze Zeit chillen können. Deswegen, wieso muss ich rennen? Das hättest du doch auch machen können. Nee, du hast recht, du hast recht. Jetzt geh ich hier rein, jetzt mache ich das und jetzt kannst du auf den nächsten Knopf drücken schon. Auf den nächsten Knopf? Ja, zur Robbe? Ja, ich drücke. So. Geschafft. Toll, nein. Jetzt ist die Robbe tot. Nein, ich habe es kaputt gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe es falsch gemacht. Ey, Brownie, nicht so schnell. Hä? Jetzt ist es wirklich kaputt. Hä? Nee, wir haben es doch geschafft. Ist es doch richtig? Ach Gott, Brownie, du machst mich wahnsinnig. Was genau ist denn gerade passiert? Ja, hier, der Weg ist frei. Ach so, der war vorher nicht frei. Warte, ich gehe mal erst mal unten gucken, ob hier noch irgendwas ist. Herzlich willkommen, Ian. Komm, wir können Kutsche fahren. Hab das geschrieben, was es bereichert? Das ist wie ein Disney-Film hier irgendwie. Guck mal hier, das hast du nicht gemacht. Oh, was ist das? Ach so. Dann musste ich den Knopf erst betätigen, nachdem du das gemacht hast. Siehst du? Dann sag doch nicht, mach jetzt den Knopf. Du Trottel. Weil du meintest so, das ist jetzt frei geworden. Ich habe dir auch noch geglaubt. Das ist unglaublich, ey. Da passiert ja gar nichts. Hier wird einem nur schlecht. Kann man nur kotzen. Wir müssen da rauf. Ah, stimmt. Ich muss auf den Alephanten da drauf, ne? Auf den Alephanten? Auf Alephanten, ja, ja, klar. Oh, guck mal hier. Ist doch dein anderer Liebhaber, ne? Da oben. Welcher? Der Haarige da oben. Der? Ja, das war nur ein Ding von einer Nacht. Der war mir dann doch ein bisschen zu heftig. Der wollte immer so viel kuscheln und so viel reden. Zu heftig. Zu heftig. Überhart, oder? Ne, ne, wollte immer kuscheln und reden und das war nichts für mich. Ähm, okay. Wir sollen auf die anderen Tiere aufpassen. Oh Gott, höh! Oh, ach, ich habe dich gerade abgeschossen. Ups. Ich wusste nicht, dass du drin bist. Okay, jetzt schieß, schieß, schieß. Yes, super. Hat geklappt. Hä? Okay, jetzt müssen wir das noch mehrere Male machen, oder wie? Mhm. Ich will auf den Haarigen. Schieß mich zu meinem Lover. Alter, ich bin an meinem Lover vorbeigeflogen. Wir müssen alle Luftballons kaputt machen. Aber da gibt es doch... Da ist doch ein Gitter davor. Ne, da ganz hinten ist noch ein Luftballon. Wo? Da ganz hinten? Ja, da genau da. Ach so, da müssen wir richtig timen, du. Ne, das war ein bisschen zu niedrig. Ein bisschen höher. Ah, okay. So, jetzt, jetzt. Äh, yes. Geschafft. Aber hier muss man ja sterben. Das Spiel kann man ja gar nicht durchspielen, ohne zu sterben. Das geht ja gar nicht. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. So, wie komme ich jetzt an den Ballon? Ach so, ich kann mich bewegen in der Luft. Das wusste ich gar nicht. Gut, wir haben es ja geschafft. Oh, guck mal, ich habe zwei Lover. Ach so. Ne, drei sogar. Alter. Da ist ja ein richtiger Gangbang hier. Deswegen lasse ich mich scheiden. Ja, wenn der Gangbang hört, ist er gleich weg. Dann macht er nicht mit. Das ist unter seiner Würde. Oh, guck mal, hier ist deine, oder? Die ist für dich. Ich wünsche mal den Knorm. Guck mal, die ist für dich hier. Guck mal, oh, da rollt was, da rollt was. Mach was. Mach was. Warte, nee, warte, stopp. Äh. Hopp on. Ähm, was? Okay, wir können, wir können los. Ähm. Wir suchen wir nicht eigentlich oben. Ach so, was machst du denn? Du musst doch mitmachen. Du musst nach links lenken, wenn wir nach links fallen. Ach, ich muss das machen. Du musst doch... Es ist unglaublich, Brauni, ne? Jetzt bist du runtergefallen. Ich hab... Du musst lenken, los, lenk jetzt. Ja, ich lenke nach links. Hallo? Ich kann nur nach links und rechts lenken. Wenn wir stehen bleiben, dann fallen wir. Ich hab's jetzt, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Alles gut. Ja, richtig, du darfst nicht stehen bleiben. Nein, ich muss stehen bleiben. Ich muss manchmal gegenlenken. Ich muss manchmal gegenlenken. Siehste, du warst die ganze Zeit schuld. Nein, war ich nicht. Du warst vorher schuld. Guten Tag. Master Nyada. Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Was ist eigentlich mit dieser komischen Kugel los? Kann ich nicht einfach eine normale Bahn fahren? Müssen wir die Städte hier bemuttern? Geh doch einfach los. Moment, noch nicht weitermachen. Ich will erst mal gucken, ob hier was noch ist. Guck mal, ich bin schwanger. Nee, hier ist nichts. Ich lauf mit der Kugel, Alter. Wie komisch das aussieht. Warte, wie taust du gerade mit der Kugel ab? Ich will, dass wir alles von vorne machen. Das war aber richtig. Du musst hier mit der Kugel hin. Hier ran. Jetzt hast du alles kaputt. Ach du Scheiße. Wuii. Moment, Moment, Moment. Ich gehe rüber auf die andere Seite. Stopp, stopp, stopp. Ja, ich muss ja erst schwingen. Ich muss ja erst... Wir machen jetzt so eine... Mega-Hardcore-Schwingen. So eine richtig krasse... Hardcore-Schwingen. Okay, aber da muss jetzt auch ein richtiges Fili kommen. Nein, doch nicht. Warte. Shit. Jetzt... Ja, fang doch. Nein, du musst werfen. Ich mach doch. Und jetzt hier auf. Nein, das ist wirklich schwierig. Ja, fang doch. Das tut die Warte direkt in deinen Arm. Du musst werfen, wenn ich jetzt sage. Nicht fünf Sekunden später. Jetzt. Ich hab so oft gut geworfen, Alter. Ich glaube, wir dürfen nicht gleichzeitig schwingen. Wir müssen so versetzt schwingen. Und jetzt hopp. Du musst schon nach oben werfen. Alter. Jetzt fang doch. Was ist denn los mit dir? Die war die ganze Zeit bei dir. Wirf sie hoch. Wirf sie hoch. Die fängst jetzt. Oh nein. Ich muss Y drin. Du bist die ganze Zeit nicht Y. Weiß nicht. Es ist viel leichter, als ich dachte. Du bist so bescheuert. Aber guck mal. Oh Gott. Ja, es war tatsächlich doch meine Schuld. Ja, ich wundere mich, ey. Hey, Dabros, hallo. Alter. Die Kugel, die war die ganze Zeit direkt in deinen Arm. Ich hab so gut geworfen. Und du einfach... Was muss ich machen? So direkt war das jetzt auch. Ey, die war... Die hab ich dir gegen den Kopf geknallt. Wie guck, ich stecke ich das jetzt hier rein? Ich wundere mich, dass Rose irgendeine Art von Sympathie gegenüber diesen Eltern besitzt. Was? Ja, ja. Hallo, wir sind die besten Eltern der Welt. Ich meine, wir knallen hier gerade voll durch ihr Kinderzimmer und machen sämtliche Dinge kaputt. Du, du, du knallst hier die Gangbang, ja? Und ich kümmere mich für unsere Tochter. Du knallst hier gerade die Gangbang, was? So, was machst du mit der Kugel? Wo müssen wir hin? Keine Ahnung, ich lauf jetzt einfach wieder zurück. Ja, musst du sie nicht hier reinstecken? Nee, ich glaube, wir müssen hier über die Ballons. Ach so, okay. Mit der Kugel? Aber da ist es noch über die anderen Ballons. Äh, ich meine, du bist... Alter! Wir hätten doch auch mit der Kugel über die anderen Ballons springen können einfach. Hä? Da waren doch gar keine... Aber da stürmt es. Ja, da wo ich halt drüber gegangen bin. Ja, stimmt. Das ist ja voll... Hä? Das ist ja voll kacke. Ja, vielleicht war das ja ein Minispiel. So, okay. Ich glaube, wir müssen einen Clown töten. So, sollen wir... Sollen wir? Oh Gott, Hilfe. Äh, du hast einfach schon losgelassen. Ja, wie in unserer Ehe. Ich lass halt einfach los. Ich war noch gar nicht bereit für diesen Schritt. Oh, Katzien. Das ist so wie der... Zum Ende der Katzien hat er wieder gemerkt, ups, da ist eine Katzien. Oh, Popcorn. Nee. Popcorn. Oh, jetzt können wir weiter. Oh, wir sind wieder am Anfang. Ja, genau. Wir sind nicht am Zirkus. Bitte, der Bitte. Wir haben den Zirkus verlassen. Ich habe meine Facecam falsch. Oh mein Gott. Oh, die Katzien. Katzien. Okay. Guck, jetzt hast du die Katzien nicht. Wir sind tot. Ende. Nein, wir sind über die Burg gesprungen. Und jetzt sind wir, äh... im Neuen. Im Neuen. Im Neuen. Kapitel. Okay, jetzt bin ich wieder damit so richtig. Siehste, ich wusste es. So, wir gucken uns erst um, okay? Nicht, dass wir noch was vergessen haben. Hier im Wald. Oh, Ritter. Das ist jetzt so ein Ritter. Ja, sieht ein bisschen aus wie, ähm... bei Legend of Zelda im Wald, ne? Findest du? Findest nicht. Oder hier, ne. Wie heißt es? Yoshi's Crafted World. Mit dem ganzen Pappe-Zeug. Ja, stimmt. Pappe. Stimmt, es ist auch Pappe. Ja. Das war schnell gemerkt. Oder Paper Mario. Du meinst wohl eher Pappe Mario. Magic. Magic. Pass. Mike. Guck, ich bin gleich noch ein Stripper. Du, ja, siehst du? Deswegen lasse ich mich scheiden. Hä? Ach, und nur weil ich immer hin und wieder mal zu einem Stripper gehe, weißt du? Ja, aber du machst ja noch ganz andere Sachen mit dem Stripper. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter. Ich würd gern so ein Pferd nehmen, aber wir dürfen nicht. Oh, Sieg wird. Man kann hier durch das, äh... Man kann hier durchgucken. Ja, wir können auch durchlaufen. Okay, dann laufen wir halt durch. Das ist ja Pappe, da der Vater das mit der Tochter gebaut hat. Ja, wahrscheinlich, ne? Siehste? Das hab ich alles wieder gebaut. Ja, ich hab ja geschlafen. Ja, mit dem Stripper. Oh, guck mal, hier eine Heißklebepistole. Machst du grad schon wieder was kaputt? Oh, guck mal, ich hab einen Luftballon gemacht. Oh, guck mal, da oben ist eine Couch. Ach, damit können wir uns wahrscheinlich rüber transportieren, oder? Oh, ein Videogame, wo? Ich will ja. Oh, wow, du hast einen Traintrack, too. Oh, ja. Ich nehm das... Blaue. Äh, lila, ne. Oh, nein. Was passiert? Drücke den Vogel, um ihn zum Singen zu bringen. Hä? Ich versteh's nicht, du? Drücke den Vogel, um ihn zum Singen... Ich zerquetsch noch keinen Vogel, aber der singt. Ich kenn die Steuerung nicht mehr. Ich auch nicht. Äh, hallo? Achso, falscher Knopf. Falscher Knopf. Ich kann das nicht, weil ich die Knöpfe nicht kenn. Ey, die Knöpfe sind immer an der gleichen Stelle, Koffi. Stell dir vor, der... X ist links, B ist rechts. Kannst du doch mit mir reden? Nein. Du bist doch die Frau von uns beiden. Du musst doch multitasking. Alter. Alter. Scheiße. Du hast 58? Jetzt sind verarscht. Wie hast du gedrückt? Nichts kann meine Frau. Boah, der ist ja unmenschlich. Ich glaub, jetzt führe ich wieder, ne? Ja, du bist der Führer. Von den Minispielen. Aber tatsächlich war X, Y, B genau die gleiche Reihenfolge. Ja, es waren tatsächlich die oberen drei. Ich hab das aber zu spät gemerkt. Ja, ich hab's halt auch erst nach viermal drücken gemerkt. Ja, genau, Brownie, ne? Hab ich wirklich. Ich hab gleich direkt drauf geguckt, ne? Was steht denn da? Zieh mal den Typen aus dem Kleber. Wo ist ein Typ im Kleber? Hol mal her. Ach, da. Ja, den Typen hier, die Hose ausziehen. Ähm, ich kann da nicht ziehen. Achso, ich muss ziehen. Ups. Huch. Jetzt klebt der woanders fest. Das ist ja widerlich. Muss Y ganz erdrücken. Jetzt klebt er. Oh Mann, ey. Voll der Kleber, Heini. Soll ich mich verarschen? Was ist mit dem los? Warte. Kann man die, ja, eben, wollte ich's grad sagen. Kann man die irgendwie auffangen? Hey, ich hab mich vor ihnen gestellt. Das geht nicht. Vielleicht müssen wir irgendwas anderes. Vielleicht müssen wir irgendwas davor legen oder so. Ich kleb mich jetzt hier dran. Guck mal. Geht nicht. Geht das? Ne, geht nicht. Okay, warte. Jetzt. Mach mal, hol ihn mal raus. Okay, warte. Ich fang ihn. Hat sich weggeklatscht. Okay, dann lass uns mal überlegen, was wir machen könnten. Also, was wir auf jeden Fall machen könnten, ist mit den Ballons hier durch die Gegend fliegen. Wie jetzt? Guck. Warte. Ich geh jetzt hier auf. Die müssen nur noch angekommen auf die Rang. Ich geh jetzt hier drauf. Warte. Also, das geht bestimmt, bin ich mir sicher, oder? Guck. Was hast du getan? Guck mal. Boing. 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 Die Frage ist nur, wo lande ich dann, wenn ich jetzt durch... Ah. Nein. Ach shit. Ich wollte noch ein bisschen länger fliegen. Geht das nicht, oder? Das geht nicht. Okay. Das muss man irgendwie schaffen. Happy Bust... Oh nein, ich hab den Kuchen kaputt gemacht. Was steht da jetzt? Da steht jetzt nichts mehr. Nein. Weil wir drauf rumgetrampelt sind. Du Monster. Das ist aber ein ekliger Kuchen, ehrlich gesagt. Nein, ich hab die ganzen Kerzen zerstört. Das ist aber ein ekliger Kuchen. Ja, jetzt. Jetzt ist der Kuchen eklig. Hast du den gemacht für unsere Tochter? Sieht ein bisschen so aus. Ich hab ihn... Ich hab ihn... Nee, der war vorher richtig schön. Ach, der geht ja kaputt, der Ballon. Ja gut, dann geht es hier nicht. Warte mal. Irgendwas muss man doch hier noch machen können. Mit dem Kuchen, ne? Nee, mit dem... Mit dem Typ, mit dem Kleber. Ich will auch ein bisschen essen. Nam 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 nam. Warte mal. Oho. Ich will. 聞, mit dem pueden kleben. Ich will. Ich will. Das ist immer. Oho. Ich will.